Best Choice hier, halb ein Bier morgens um vier, chill mit Tanzidips hier. Oh Freunde, heute wird rasiert! Oh, oh, ja. Ungespielt, was fängt dein Server an? 2020 wieder Flughafen von Berlinland. Damals 500 km, 30 Tage stream. Für G-Time und Thunder gab's null Domien. Klängern, du Spaß. Wegen dir gehen Leute wie M-Core wegen steuernder Erziehung in Knast. Damals gebaitet wie ich, heute Videos über Apo und mich. Manulsen, das Video war low wie deine Klicks. Die Views gette ich in 20 Minuten fix. Wenn ich auf Klicks gehe, Kriegerkrie. Siehst aus wie mein linker Zäh. YouTube Deutsch, ein Fake an sich. Der Kindergärtner Palle raucht Marlboro Bett auf mich. Monte macht zehn Videos darüber, dass er nicht mehr kifft. Abends auf Terrasse wird der Face gespliffed. Ja, Mann. Finale. Wuuu. Ah, ja, Mann. Hm, hm. Ja, ja, ah, ah, ah. Fire God, ich wollte mich dissen. Heute mich 30 Minuten zu. Danach kein Video gegen mich. Lululu. Viele sagten, Paula sei Fake. Auf eure Klicks kaufe ich heute ein Steak. Darauf gönne ich mir ein Alkohol-Eis. Danke für das Placement von Suck It Arrive. Wenn du jetzt gegen mich schießen willst, mach es doch. Aber du wirst dann gedouble-killed. Wenn du nicht meine Ironie verstehen. Komm, Simon, geh meinen Rasen mähen. Kannst danach auch gerne mein Gras essen. Außer Monte hat's auf der Waage zum Vermessen. Ah. Sebastian, du bist sowas von Fake. Gönn dir deine E im Bootshaus mit den Apes. An alle Leute, die zu mir stehen. Bleibt loyal. Ich würd mit euch zusammen untergehen. Hashtag Bessy Army. Wupp, wupp, wupp. Hm, ja, Mann. Hahahaha. Ha, 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 ha. Untertitelung des ZDF, 2020